hallo hier ist der martin von money monkeys dass die dax für mittwoch den 21 12 2022 und unser dax hat schwierigkeiten gehabt weiter zu tauchen ja man hat ihm hier ein paar schwimmflügel verpasst ins flache wasser reingesetzt und dann war da nicht mehr viel wir hatten stand gestern gesagt dass er mit dem eintreten schon eher so aussieht wie als kommen wir noch mal neue tiefs dass die neuen tief sein können bei 800 678 und 700 die 700 ist es geworden aber im nachthandel das heißt diejenigen von euch die futures handeln oder cfds die durchgängig notieren dürfte das tagestief bei 13.700 gewesen sein oder gestanden haben so dass er sich von dort natürlich jetzt zum also marktteilnehmer gefunden hat die jetzt davon ausgegangen sind die korrektur oder die erholung hier die die korrektur seit dem letzten hoch sie ist hier erstmal an einem wichtigen ziel gewesen und dann hat er sich natürlich im tagesverlauf deutlich schwerer getan hier weiter nach unten zu sacken weil eben wie gesagt einige marktteilnehmer davon ausgegangen sind das reicht der war dran muss ich aber sagen nee eigentlich nicht also im regulären handel sollte das auch abgebildet werden das reicht mir persönlich nicht auf future ebene und sieht man auch sehr häufig dass sowas dann noch mal abgefahren wird nicht immer bei richtig krass langen bewegungsstrecken sieht man sogar sehr sehr oft dass nacht und tagtief unterschiedlich sind und es eben nicht abgebildet wird im konkreten falle hier würde ich aber schon davon ausgehen dass das noch mal versucht nachzubilden weil er einfach zu schlecht oben rausgekommen ist das ist so eine eire gewesen und so träge und jedes neue kleine tages hoch was hier nach der eröffnungskerze eigentlich kam wurde immer wieder abverkauft also das ist jetzt nicht unbedingt brachiale stärke und von daher würde ich fast vermuten dass es sich zum mittwoch einfach wieder zurück plumpsen lässt vielleicht sogar zu träge wie er gestiegen ist jetzt zum mittwoch dann fällt würde ich ihm auf jeden fall auf der unterseite wieder chancen zu sprechen und dann die ziele die wir gestern hatten noch mal einfach durch triggern ja also vielleicht 38 jetzt mal so anpeilen dann drunter unter die 800 drunter vielleicht in die 760 rein dann noch mal die 700 das wäre nicht ungewöhnlich sollte er weiter steigen hat hier so eine kleine verkeilung drinnen wird es dann langsam ein bisschen schwieriger hinzufassen weil wie gesagt die neuen hochsummen wieder verkauft denn nichtsdestotrotz kann unser dax aus einer phase trotzdem gut raus steigen und deswegen würde ich mal oberhalb von 14.000 einfach zwar mal glaube ich auch gestern aber auch so gesagt oder gestern haben gesagt über 13 950 es würde er sich nach oben aktivieren die hatte er nicht überboten bekommen zum mittwoch wird sich das anheben und sagen über 14.000 kriegt er dann doch deutlichere tendenz richtung 14.100 und dieser trendlinie hier und die bereite um 14 170 liegt später dann noch ansteigt in die 14 180 14 200 rein die ja auch wichtig ist aber ich würde schon so sagen wenn der dax hier aus dem band nach oben raus steigt dann ist für mich eher ein long kandidat richtung hier und auch die grüne die dann bestimmt hier im bereich um 270 einfliegt ja das wären meine zwei ziele wenn er über die 14.000 steigt so wie er jetzt steht würde ich aber eher erwarten dass es wieder zurücktauben lässt und hier einfach die kursniveaus noch mal abbildet die ja schon da waren er hat er die 700 erreicht die wir sehen wollten nur leider so dass viele von euch das eben nicht nutzen konnten weil sie zum beispiel options scheiner handeln die im rohr von 8 bis 22 uhr handelbar sind ja okay ich würde trotzdem denken er bildet es noch mal nach und würde damit die analyse auch so stehen lassen man merkt ein bisschen das schon eigentlich alles für das jahr vorbei ist na das jetzt bestausch die feld ist der verfall ist durch das ist eigentlich nichts mehr meistens sind auch schon feiertagen haben jetzt schon urlaub sind jetzt mit geschenke suchen beschäftigt oder mit geschenke basteln und verpacken ja ja da passiert ist recht ruhig aber genauso haben als gestern auch gesagt dass ich erwarte dass das ein bisschen von der volatilität ruhig bleibt und er aber so ruhig eben auch weiter abklägern kann und das würde ich fast so mit woche jetzt erwarten ja aber auch hier wir sehen grüne tagescherze nach vorherigen abflachen und das wird eigentlich das begünstigen was wir oft schon eben gesagt haben wobei von 14.000 er erst mal ein bisschen nach oben fokussieren das ding ja aber hier so dass ich bestimmt bin ich gespannt ja aber ich denke schon da dass da noch mal was nachkommen ich würde daher hier zu machen wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss